Hier geht's in The Last of Us Part 2. Im letzten Part haben wir endlich mal Kontakt mit Stalkern gemacht und ich hasse diese Viecher jetzt schon. Im ersten Teil waren die nicht so schlimm, weil die dann nämlich eigentlich ganz dumm waren. Aber jetzt greifen die echt richtig schlau an, die Viecher. Deswegen sind sie jetzt umso gefährlicher. Also im ersten Teil hatte ich eigentlich nie Probleme damit. Solange sie nicht zu zweit kommen und mich irgendwie einengen. Hier, von hier komme ich. Dann zum Glück kann ich schwimmen. Das wäre das ja eigentlich ein großes Problem. Da oben geht's auch noch lang. Ja, guck ich jetzt erstmal nach. Zack, zack, zack. Hoch mit dir. Ernsthaft, da ist gar nichts. Äh. Ja, okay. Obwohl nein, das eine ist verbessert. Obwohl das eine hätte jetzt auch verbessert. Egal, juck mich nicht. Jetzt wäre ich hier nur lang. Nee. Hätt' ja sein können. Ah. Man muss hier sogar hoch. Ach du Scheiße. Das ist mir gerade wieder der Name von diesen anderen Zombie-Viechern eingefallen. Ein Schambler. Verdammt, ich muss hier raus. Ja. Da oben ist etwas, aber... Es geht bestimmt nicht auf. Warum sollte es? Wir können da nicht mal hoch, glaube ich. Aber wir können auch nicht draußen rum. Also muss ich hier eigentlich raus. Oh, da geht's ja... Oh, nein. Es geht aber trotzdem noch weiter. Das ist echt gerade eine gute Frage, wo ich bin. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr in der Kanalisation. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr in der Kanalisation. Oh, Gott. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr in der Kanalisation. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr in der Kanalisation. Da müssen wir... Das klingt nicht gut. Verdammt! Herze Hölle! Beruhigt euch mal! Lauf! Mach auf! Was denn das sind für welche? Oh nein! Die anderen! Es gibt ja Skars und die Wolves! So! Hab ich hier irgendein Zeitlimit bis die drin sind? Ich hoffe ja nicht weil ich will mich hier eigentlich umgucken. Weil ich hab's ja im ersten Teil hab ich mich nie umgeguckt. Das war ein ganz großer Fehler. Hm, hier raus. Aber warte, hier gibt's auch nochmal was. Gibt's auch nochmal was. Aha. Muss ich nicht mehr aufwerfen. Das hätt ich nämlich sonst gemacht. Geht's hier hoch? Oh, ich weiß nicht, wo lang. Oh, warte, hier geht's auch nochmal rein. Wir sollen da runter, aber... Ja, hier geht's anscheinend auch. Ah, nee. Okay. Dann also runter. Oh, obwohl... Ihr könnt mich nicht so leicht tauschen. Vielleicht im ersten Teil, aber nicht in diesem Teil. Wahrscheinlich hab ich schon so viele Sales übersehen. Spezialist. Okay. Hm. Ja, dann also runter jetzt. Los geht's. Nein, das ist nur Translating. Das ist mir egal. Ich kann eh gut Englisch. Ich glaub, ich passt durch. Hm. Die Skars sind nicht noch schlimmer mit ihren ganzen Pfeifen, ey. Scheiße. Und jetzt kommt auch noch ein Wurst. Verdammt. Ich lasse den Ball, ich weiß nicht. Ja, versprengen. Das sind wahrscheinlich auch noch andere. Alter. Die mögen sich untereinander überhaupt nicht. Was? Da unten ist jemand. Da lauf ich jetzt einfach nach oben. Da unten, wer hier ist hin, da lauf ich nach oben. Ach du Scheiße, Mann. Die lassen's nicht nur die Fireflies unter die Hunter. Sei ruhig. Du hast mich gerade erschrocken, weißt du das? Ich mag's nicht erschrocken, ich mag's nicht erschrocken zu werden. Oh, es hat sich noch mal einer. Ja, der ist gedacht. Ja, wo ist der jetzt hin? Halt bitte einfach die Klappe. Hinter mir. Scheiße. Die pfeifen rum. Ruck, noch mehr davon. Was? Wo kommt der neu her? Echt ne gute Frage. Was soll ich sagen, als würden die von da kommen? Muss ich hier eigentlich hin? Könnt's sein, ja. Nein, muss ich nicht. Schnell ducken. Ich dachte, es wäre ja gar nicht mal so tief. Aber doch. Da oben sind welche. Oh Gott. Nein, da sind noch voll viele. Ja, okay, gut. Da kann ich nicht so schnell greifen, wenn ich im Boden... Nein, oh Gott. Ich kann nicht so schnell da, wenn ich da im tiefen Gras, kann ich nicht so schnell dann den greifen. Das sind die Scheiße, ey. Das macht voll viel, das macht's voll schwer. Aber jetzt weiß ich immerhin, woher die kommen. Also wenn ich aber mal viel schneller als die... Okay. Okay. Hier rein? Okay. Ja, was? Sind sie weg? Die sind da hinten, aber die sehen mich trotzdem noch. Ich muss da, glaube ich, rein, oder? Habe ich wenigstens noch eine Flasche? Ja, habe ich. Okay, das haben die gar nicht gehört. LOL. Okay. Ah, du shit. Ah, jo. Ey. Drecksack. Ey, ich bin noch ausgewichen. The Cheater. Oh, den, das nehme ich jetzt mal. Ach, du Scheiße. Was ist das denn für ein Hulk, Alter? Ich habe mich jetzt schon langsam echt gefragt, das kann doch jetzt, das sind echt jetzt viele verschlossene Türen. Oh, die Tür auf. Scheiße, nochmal. Nein. Nochmal. Gibt es da noch mehr? Bin ich im Krankenhaus? Ich bin mir nicht sicher. Rezession. Da ist ein Exit. Da ist ein Exit. Wo ist das Krankenhaus? Ach, direkt da? Okay, da ist es ja schon. Jawohl. Die Kanalisation hat uns halt schon echt weit weg gedrückt, ne? Achso. Scheiße, man, Alter. Wann war es das denn nicht mit Zerde? Bestens, das gibt es auch, äh, da gibt es auch nichts, der in Chartered 4, gell? Cool, dass wir hier nochmal die, äh, Dinge eingebaut haben. Das gab es ja auch in Last, äh, Last of Us Left Behind. Okay, da gehe ich jetzt als erstes rein mal. Eine Sammelkarte. Button Meander. Soll ich mir mal einem Freund schenken? Da spieg ich gar nicht, Julio. Okay, gut, ich hab ne Flasche, um Fenster einzuwerfen. Scheiße. Oh, das macht schon jemand für mich. Äh, ich, ich glaube jetzt nicht, dass die aufgeht, aber egal. Okay, hier geht's wieder raus. Ach du Jesus Christ. Okay, dahinten ist es. Dahinten ist es. Was war das grad? Fuck. Kann ich hier drunter schwimmen? Nein, kann ich nicht. Ich weiß es nicht. Wen die da reden, Ali. Sorry. Kann ich da nicht weiterhelfen. Oh, das ist ja noch aus dem Gameplay Trailer, ne? Aber ich hab den Gameplay Trailer übrigens nicht angeguckt. Enttollt mich nämlich nicht. Oh Gott. Okay, da hinten ist jemand. Gott verdammt. Warum? Hi. Was spielst du? Ist das ne PS Vita oder ne PSP? Ich wusste es. Deswegen... Deswegen hättest du direkt danach umbringen sollen. Das ist ja echt dumm. Hä, die hätt ich vielleicht sogar noch am Leben gelassen. Ich hätt's nicht gedacht. Oh, was ist das? PS Vita? Weiß es jemand? Ich hatte nie eine dieser Konsolen. Meine. Leider. Was ist das? Spiel? Wolf wieder. Ist das das Krankenhaus? Nein, weißt du warum wir alles hier für die Basis verordert werden? Ich habe gehört, ein Eisegg. Ich will das Zentrum zurück. Hast du mehr zu bringen, den Kampf zu ihm? Ich glaub's nicht. Nicht nach dem was letztlich... Main Endrons. Da muss ich rein. Geht er rein. Oh Gott. War wer? Ist das ein Hund? Sehen? Nein, kann ich nicht, da ist auch hier kein Hund. Oh verdammt nochmal. Ich hör die ganze Zeit diese Geräusche, aber ich weiß gar nicht wo die sind. Oh, da hinten. Wo steckt Whitney? Ich war eben in der Lobby. Wolltest du es suchen? Nein, ich mach's. Ich muss in die... Ich muss in die Oberen. Okay. Gleich lässt hier jemand. Casey, schau mal nach. Ja. Ja. Okay. War was. Los, sieh mal nach. Ich seh nach. Scheiße! Oh verdammt, ich hab den zu spät gesehen. Ich hab den direkt instant umgebracht, aber ich wusste gar nicht, dass da noch einer kommt. Aber weiter geht's im nächsten Part von The Last of Us Part 2 und ciao.